Das ist natürlich schon hier der schöne Blick hier runter zum Strand und zum Meer, zur Bucht und da links, oder rechts, diese Brümmel. Hinten die Sand, auch diese Steine und dann trotzdem die Grün. Vor allem diese Bucher-Güller natürlich hier, absolut top. Und hinter diesem Blick ist dieses ein Rennen der TP 52 Weltwesserschaft stattgefunden. Meine Mutter sammelt jetzt hier feste die Blumen, die noch immer geblieben. Ja. Und jetzt frischt der Wind wieder auf. Da sind schon kleine Schamkorgen draußen. Das können schon wieder drei, vier Windstärken sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.